Dieses Gemälde entstand für einen Wettbewerb zum Thema Lebensfreude, den der Aargauische Kunstverein 1872 zur Eröffnung seiner Sammlung ausgeschrieben hatte. Mit diesem Werk wurde also der Grundstein für die heutige Kunstsammlung gelegt. Es wurde vom bekannten Schweizer Künstler Arnold Böcklin geschaffen. Er malte häufig direkt auf die Leinwand, skizzierte freihändig mit dem Pinsel. Dieses Gemälde Böcklins zeigt die Muse des Anakrion, die Euterpe. In beiden Händen hält sie eine Flöte, die auf das traditionelle Attribut Euterpes die Doppelflöte hinweisen. Motive aus der griechischen Antike prägen Böcklins Werk. Inspiration findet er aber auch in seinem Umfeld. Böcklins Euterpe weist starke Ähnlichkeit mit seiner Tochter Clara auf, die ihm zu diesem Zeitpunkt oft Modell steht. Neugierig? In der Führung Bild des Monats, jeden Dienstagmittag im Juli, können Sie mehr über den renommierten Künstler und sein Werk erfahren. Neugierg? 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 Seien andereichtsmaßnahmen,